Na Lockensträtz. Wie ist das? Ist das der letzte Zimtschnecke hier oder was? Was siehst du sonst noch welche auf dem Blech liegen? Na dann packe ich mir die ein. Scheiße ich hab mein Portemonnaie vergessen. Pass auf. Bezahle ich einfach morgens. Mal Dach anschreiben ist ja kein Ding. Ne, es wird nicht mehr angeschrien. Anweisung vom Chef. Die Zimtschnecke zurück Isbert. Isbert gib mir die Tüte. Nein, geh du Pfefferwinzer. Du machst es nur noch viel schlimmer. Man lass mich doch einfach in Ruhe, Mann. Gießbert, gießbert, gießbert. Immer auf die harte Tür. Vor dieses Portemonnaie wollen wir ihn nicht. Wart's mal ab. Ihr seid noch mal nachspielen. Schiller locker.